Yo, was geht ab, meine lieben Zockfreunde? Und ich hoffe, es geht euch gut. Ja, Freunde, es ist soweit. Hitman 3 ist draußen und ich habe es mir sozusagen organisiert. Ich werde mir es persönlich erst selber auf Steam kaufen, aber ich habe es mir durch einen Kumpel organisiert. Und der hat alle Hitmans auf Epic und ja, hat schon angefangen, hat es aber noch nicht komplett durch. Und deswegen hat er gemeint, er hat sowieso gerade keine Zeit zum Zocken, ob ich seinen Account nutzen will. Das mache ich natürlich und ich werde alle Missionen nochmal spielen auf Meister. Aber natürlich auf Zocki-Art, nicht unbedingt den lautlosen Killer, aber ihr kennt ja meinen Ehrgeiz, ich versuche es trotzdem. Meister ist dann sogar auch noch so schwer, dass es so sein wird, dass man nur einmal speichern kann. Also könnte es über Tage gehen, bis ich zu dem neuen Level komme. Aber ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr beim Stream dabei seid. Erster Tag startet heute um 16 Uhr. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und habt Spaß mit meinem neuen Hitman-Live-Let's-Play sozusagen. Und ich freue mich auch auf die neuen Level. Die neuen Level werde ich aber auf Profi spielen, nicht auf Meister, weil da würde ich schon gerne noch so versuchen, diesen Strängen zu folgen, die da vorgegeben sind. Aber die alten Level versuche ich auf Zocki-Art zu meistern, so wie man früher Hitman 2 oder Hitman 1 gespielt hat. Da gab es ja nicht so vorgefertigte Dinger, da musste man sich irgendwie vorwagen, eine Wache nach der anderen ausschalten, um zu seinem Ziel zu kommen. Und so würde ich gerne die alten Missionen spielen. Naja, auf jeden Fall freue ich mich auf euer Com. Link ist unten in der Videobeschreibung, falls jemand noch nicht meinen Twitch-Kanal kennt. Um 16 Uhr geht es los. Ich freue mich, ob es auf YouTube kommt. Das überlege ich noch, das weiß ich noch nicht, aber ich denke, die Resonanz wird hoch sein. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr es sehen wollt auf YouTube. Erst später natürlich. Auf jeden Fall, Tag 1 beginnt heute. Bis dann. Immer schön stealthy bleiben und ich freue mich bis später. Ciao.